Yippie-jah-jah-Schweinebacke, es geht weiter mit Bulletstorm! Auch so ein Flug kann uns nichts anhaben und so ziehen wir weiter zu der Fluchtkapsel von Serrano. Und wieder in einen Park und wieder nach Labern. Oh, mein Bier! 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 Roger! Schöne die Gegner wegtreten. Können wir nun fahren? Ach, ich naht erstmal nach. So, Lady, mach auf. Okay, dann erstmal wieder schießen. Schön, dass die Arten der Gegner unterwegs sind. So, die Arten der Gegner. So, die Arten der Gegner. Das ist das Wingspot. So, die Arten der Gegner. So, die Arten der Gegner. So, die Arten der Gegner. So, fahren wir jetzt endlich oder brauchst du noch ein bisschen? So, die Arten der Gegner. 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 Vielen Dank.